Willkommen zu einem weiteren Star Citizen Anfänger Guide. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Crimestead und auch mit der Justizvollzugsanstalt Clasher, das heißt dem Gefängnisplaneten, auf dem wir gebracht werden, sobald wir ein Crimestead haben und dann in der Folge sterben oder durch die Behörden eingesammelt werden, kommen wir nach Clasher. Und um erstmal ein Crimestead zu haben, müsst ihr entweder Verfehlungen begehen oder unabsächlich beispielsweise bei einer 890 Jump Mission Wachen treffen, diese beziehungsweise töten oder sonst irgendwelche Verfehlungen vollbringen, die euch ein Crimestead einbringen und ab einer Höhe von 3 kommt ihr automatisch nach Clasher, solltet ihr dort sterben. Damit wir ein passendes Crimestead erhalten, haben wir uns für eine der zahlreichen illegalen Missionen auserkoren. Und zwar werden wir auf Hörsten für ein Drogenkartell in einen Sicherheitsbereich eindringen. Das gibt uns zum einen 14.000 UAC und zum anderen haben wir dann ein Crimestead, das hoch genug ist, um direkt nach Clasher zugebracht zu werden. Wir sind hier in der Alpha 3.10 unterwegs, was ihr auch an der neuen Hot bzw. an der neuen Maus seht. Diese hat sich in der Alpha 3.10 jetzt mehrmals verändert. Anfangs war noch ein kleiner Faden dazwischen gespannt, sodass ihr sehen konntet, wo ihr seid. Dieser Faden, den gibt es nur noch ganz, ganz leicht. Man sieht ihn wirklich, wenn man genauer hinschaut, ist er ganz leicht noch sichtbar. Ansonsten haben wir jetzt in der Mitte wirklich ein schönes Zielkreuz und die Maus hat auch eine dreieckige Form bekommen, auch als kleines Zielkreischen zu sehen, was einen guten Eindruck macht. Wir bekommen hier die Meldung, dass wir auf einem Privatgrund sind und doch das Gebiet verlassen sollen. Daran halten wir uns natürlich nicht und werden uns ein bisschen Ärger suchen. Die illegalen Missionen sind analog der legalen Missionen. Auch hier gibt es eine Luftabwehr, die ihr ausschalten müsst bzw. diese umgehen könnt, solltet ihr nicht auf einen Kampf aus sein. Die Ziele am Boden können wir immer noch nicht aktiv anwählen als Ziel. Aber auch so sollten wir hier mit der Luftabwehr fertig werden. Die Luftabwehr ist geschichten. Wir sind jetzt hoffen worden, dass die Luftabwehr der Luftabwehr erzeugt werden müssen. und sind gestorben. Da wir ein Crime-Stat von drei hatten durch den Kill einer Wache, sind wir jetzt direkt in Clasher aufgewacht. Wir haben es geschafft, sind nach Clasher als Gefangener gebracht worden und willkommen zum Einsteiger-Guide. Wie komme ich wieder aus Clasher? Auf welchem Wege bzw. welche Möglichkeiten gibt es und was benötige ich hierzu? In Clasher, der Strafvollzuganstalt, haben wir mehrere Möglichkeiten wieder hinaus zu gelangen. Zum einen können wir einfach die Zeit absitzen, das heißt wir verbringen echt Zeit in Clasher und hierbei schauen wir erstmal wie lange wir einsitzen müssen bzw. wie hoch unsere Strafe ist. Hierbei gehen wir in den Mittelbereich, der sich in Clasher befindet, zu dem alle Spawnpunkte direkt führen und hier zu einer der Konsolen. An der Information sehen wir zum einen die Zeit, die wir als Strafe bekommen haben. Wir haben hier zwei Stunden und 20 Minuten bekommen, das heißt die Zeit können wir entweder in Clasher einfach absitzen und dann wieder gehen oder wir werden aktiv mit dem Handmining Mineralien sammeln und diese dann anrechnen lassen. Je hochwertiger das Material ist und wie viel Material ihr abgebt, desto schneller wird eure Strafe reduziert. Es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit und zwar die Flucht aus Clasher, welche auf jeden Fall eine spannendere Angelegenheit ist und auf jeden Fall ein oder zweimal gespielt werden sollte, da ihr da wirklich viel Spaß dabei haben könnt. Allerdings als erstes zeige ich euch den legalen Weg, wie ihr wieder aus Clasher entfliehen könnt bzw. eure Strafe abarbeiten. Hierzu gehen wir in Richtung der Mine. Diese finden wir auch im Mittelbereich mit der Workmines. Das ist einer der beiden Hauptausgänge. Der zweite befindet sich, wenn ihr eure Strafe abgeleistet habt, auf der anderen Seite, wo ihr dann freigeschalten werdet und Clasher wieder verlassen könnt. Wenn wir in den Arbeitsbereich gehen, brauchen wir zunächst ein Handmining Tool bzw. Ausrüstung. Direkt vor den Minen habt ihr diese Commissary Automaten. Hier könnt ihr verschiedene Items anfordern, unter anderem das Multitool. Mit einem Klick auf Dispense wird dieses euch dann ausgegeben und ihr habt eine Mining Ausrüstung. In die Mine kommt ihr direkt nach den Automaten und sobald ihr diese betretet, kommt ihr auch in die nicht mehr waffenbeschränkte Zone. Das heißt, ihr könnt auch das Mining Tool nutzen und mit der 4 aktivieren wir unser Mining Gerät. Mit dem Mining Gerät könnt ihr nicht nur Steine abbauen, sondern ihr könnt auch andere Spieler, die sich hier in der Gegend aufhalten, verletzen oder töten. Allerdings wird auch hier euer Crime State weiterhin aufgerechnet und die Strafe erhöht sich, solltet ihr hier jemanden verletzen oder gar töten. Je Tiefe ihr in die Mine vordringt, desto bessere Materialien findet ihr. Von Dolovit bis dann irgendwann zu Hadanit und solltet ihr auf dem Wege des Minerns die Minen verlassen wollen, dann würde ich euch empfehlen, weit in die Tiefe in die Mine hineinzugehen und dort Hadanit abzubauen, da ihr damit relativ schnell wieder nach draußen könnt. Es ist keine Seltenheit, dass es Strafen von 12 bis 13 Stunden gibt, vor allem wenn ihr bei einer Mission mehrere Wachen oder Spieler tötet, habt ihr schnell viel an Zeit, die ihr hier in Clasher absitzen müsst, zusammengesammelt. Hier haben wir beispielsweise einen Stein gefunden, wir sind noch relativ weit am Anfang und es handelt sich um Aphorit. Das können wir wie gewohnt beim Handmining abbauen. Es unterscheidet sich nicht vom Abbau normaler Steine im Handmining. Ihr tut das lediglich nicht für euch, sondern für euer Strafverfolgungssystem. Das heißt, ihr bekommt keine USC für die Abgabe der Mineralien, sondern bezahlt damit sozusagen eure Strafe. Was den Bug in der Version 3.9 betroffen hat beim Handmining, dass ihr teilweise Steine nicht einsammeln konntet bzw. diese nicht ins Inventar verstaubar waren, wurde mit der Version 3.10 weitestgehend behoben, was ich feststellen konnte. Ihr habt, wie ihr hier seht, eine kurze Sperre auf die aufzuhebenden Teile. Allerdings ist diese nur wenige Sekunden bzw. Bruchteile und ihr könnt dann auch wirklich alle Steine einsammeln, was ein großes Manko aktuell beim Handmining in der Version 3.9 war. Um eure abgebauten Steine abzugeben, geht beim Ausgang, das heißt dem Linken der beiden Tunnels, zu den davor befindlichen Depositeinheiten und gebt eure Steine einfach ab. Über das Interface seht ihr, was ihr gemeinert habt, könnt es abgeben. Seht dann auch direkt, wie viel ihr an Strafe weniger bekommen habt. Wir sehen jetzt hier, wir haben ein kleines Vorkommen Steine abgebaut und haben schon einen kleinen Bonus bekommen. Unsere Strafe ist jetzt nur noch bei einer Stunde 52 Minuten. Allerdings ist das nicht unser Ziel. Wir wollen fliehen und dazu kommen wir gleich. Ihr seht auch, wie viel ihr an Zeit bekommt, wenn ihr andere Materialien abgebt. Wir haben zum Beispiel hier Aphorite abgebaut. Das gab nur 60 Merits. Wenn ihr zum Beispiel Haranit abbaut, bekommt ihr 460 Merits und damit sind auch größere Strafen relativ schnell wieder abgebaut. Für unseren ersten Punkt, für unsere Flucht, gehen wir in den Mittelbereich. Der Mittelbereich ist leicht zu finden und ihr seht hier links das Processing, wenn ihr die Strafe abgearbeitet habt und auf der gegenüberliegenden Seite den Zugang zu den Arbeitsminen. Genau hier dazwischen, auf der linken Seite, gibt es jedoch noch einen großen Lüftungsschacht, den wir uns genauer anschauen werden. Genau gegenüberliegend auf dem Gelände gibt es nochmals einen Lüftungsschacht. Allerdings ist dieser verschlossen und dreht sich nicht, deswegen der sich bewegende Lüftungsschacht ist unser erstes Ziel. Clasher hat eine geringe Schwerkraft, weswegen ihr relativ weit und hoch springen könnt, was uns in der Folge auch öfter einmal hilft. Wir sehen hier ein Loch in der Lüftung, welches sich langsam dreht und sobald es bei uns direkt vorne an der Unterseite ist, können wir durch ein Loch, das entsteht, in den hinteren Bereich gelangen. Ich werde euch das Video so zusammenschneiden, dass wir an den immer wichtigen Stellen, d.h. immer dann, wenn ihr die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten habt, die richtige Wahl treffen können. Nach dem Lüftungsschacht begebt euch vorsichtig nach vorne. Die Betonung liegt hier auch vorsichtig, da ihr, wenn ihr rennt, aufgrund der geringen Schwerkraft schnell einen Tod erleidet, indem ihr hier herunterfallt. Wir halten uns an der rechten Seite, gehen einmal komplett herum und hinter diesem abgestürzten Stahlträger befindet sich ein Durchgang. Den Durchgang seht ihr auch, dieser ist blau beleuchtet. Wir sehen links, wo wir hergekommen sind und gehen direkt in den Durchgang. Der Durchgang selbst bzw. die Wege selbst hier drin sind sehr dunkel, deswegen habt ihr eine Taschenlampe am Helm, die ihr mit der Taste T aktivieren könnt, um euch zurechtzufinden. Mit der Leertaste könnt ihr immer nach oben klettern und mit Taste Steuerung könnt ihr euch ducken. Wir gehen als ersten Punkt nach unten und springen einen kleinen Abhang nach unten. Hier haben wir nur die Möglichkeit, weiter nach unten zu gelangen. Achtet hierbei darauf, möglichst nicht komplett nach unten zu fallen, so wie wir jetzt hier. Aufgrund der geringen Schwerkraft nimmt ihr allerdings sehr wenig Schaden bzw. in unserem Fall jetzt gar keinen Schaden. Am Ende kommen wir wieder an ein blau beleuchtetes Loch und links geht es in einen weiteren Abgang. Wir bleiben auf jeden Fall auf der blau beleuchteten Seite. Am Ende habt ihr die Möglichkeit, nach links und nach rechts nach oben zu gehen. Hier gehen wir nach links. Hier geht es einmal nach unten oder wir können an dieser Wurzel nach oben klettern. An dieser Wurzel gibt es hier einen Durchgang. Wir sind von dieser Seite gekommen und müssen in diesen Durchgang. Das heißt, wenn ihr die Leertaste drückt, könnt ihr hier auf diesen Stein und nach drinnen gehen. Hier halten wir uns rechts, nach links und dann wieder nach rechts. Über euch ist eine blaue Pflanze. Ich zeige euch das Ganze nochmal, wo wir hergekommen sind. Ein relativ unscheinbarer rechter Gang. Wenn man nicht nach oben schaut, sieht man die Pflanze nicht. Wir gehen auf jeden Fall hier rechts und nicht in den anderen Gang. Hier könnt ihr mit der Leertaste wieder nach oben klettern und wir sind schon einen Schritt weiter. Im nächsten Gang gehen wir links und klettern auf einen Stein. Achtet hier darauf, nicht herunter zu fallen, sondern auf der anderen Seite wieder herunter zu kommen. Hier halten wir uns rechts und klettern wieder nach oben Richtung Licht. Eine weitere blaue Blume und wir klettern weiter. Im nächsten Raum geht es steil nach oben auf einen Vorsprung und wenn ihr auf diesen Vorsprung seid, wir sind von der blauen Blume gekommen, dann machen wir einen großen Sprung auf die andere Seite. Hierzu müsst ihr sprinten und die Sprungtaste drücken. Wir kamen von hier, sind auf den ersten Vorsprung gesprungen und machen den Sprung wieder auf die andere Seite. Wir folgen dem Weg und klettern weiter. Wir kommen zur nächsten Abzweigung, wo es einmal rechts nach unten geht und einmal links nach oben. Wir sind von der blauen Blume und gehen nach rechts unten. Auch hier halten wir uns rechts und gehen tiefer. Das Labyrinth ist so gestaltet, dass man oftmals, um nach oben zu kommen, erst nach unten klettern muss, um dann erst weiter zu kommen. Ihr könnt hier immer nur in eine Richtung und eigentlich nur klettern, was wir auch tun, bis wir zur nächsten Abzweigung kommen. Hier haben wir den ersten wichtigen Punkt. Geht hier langsam nach vorn. Achtet darauf, nicht zu sprinten, da ihr sonst relativ tief fallt und den Weg wieder komplett zurücklegen müsst. Wir springen jetzt hier auf die entgegenliegende Seite. Lasst euch nicht hier von dem roten Licht täuschen, von unserem Kameraden, den wir hier zurückgelassen haben. Sondern, wie gesagt, wir springen hier in diesen Durchgang. Wir kamen von links, gehen jetzt hier nach rechts und springen von hier geradeaus in einem weiten Sprung auf die andere Seite. Von hier kamen wir. Großer Sprung. Und wir sind hier. Achtet jetzt hier darauf, nicht in die Höhle zu gehen, in die wir gesprungen sind, sondern blickt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und hier gibt es einen weiteren Durchgang, der unterhalb liegt. Wir gehen diesen Weg weiter. Hier springen wir vorsichtig nach unten, ohne Schwung. Und kommen in einen grün beleuchteten, relativ hohen Raum mit mehreren Möglichkeiten. Auch hier wieder als Orientierungspunkt, eine blaue Pflanze und ein blaues Licht. Wir springen nun auf diesen Vorsatz. Um nicht zu weit zu springen, geht etwas nach links und zielt diese Mauer an. Dann solltet ihr nicht zu weit abkommen. Wir sind von hier her gesprungen und springen jetzt auf die andere Seite weiter. Auch hier mit Anlauf, einem weiten Sprung, kommen wir auf die andere Seite. Hier haben wir ein gelbes Metallteil, was euch die Orientierung erleichtert. Von diesem Metallteil springen wir wieder in Richtung der blauen Pflanzen. Auf die andere Seite. Von diesem Punkt springen wir wieder gegenüberliegend. Achtung, hier ist der Absatz kürzer. Auf die andere Seite. Hier können wir nach oben klettern. Nachdem wir hier den ersten Stein genommen haben, haben wir einen kleinen Sprung. Hier reicht es, wenn ihr normal springt, ohne Anlauf. Auf den nächsten Absatz. Und dann nach oben klettern. Bevor wir in den Gang gehen, schauen wir uns nochmal um. Und ich zeige euch nochmal den Weg grob, von dem wir hergekommen sind. Wir sind erst hier gelandet. Dann zur blauen Blume gesprungen. Von der blauen Blume auf den nächsten Absatz. Und dann nach oben geklettert. Wir gehen in den nächsten Gang. Und haben hier wieder nur die Möglichkeit, uns in eine Richtung vorzubewegen. Wie ihr seht, ändert sich die Landschaft etwas. Wir haben jetzt hier schon die ersten Metallteile und die Oberfläche ist langsam sichtbar. Achtet bei euren Sprüngen hierbei auf eine gute Dosierung, dass ihr nicht zu weit springt, um nach unten zu stürzen. Ihr habt sonst keine Möglichkeit mehr, nach oben zu kommen. Ihr springt wieder auf die andere Seite. Lasst euch auch hier nicht täuschen. Ihr geht nicht in diesen Gängen, sondern wir bleiben auf der Plattform und springen auf die gegenüberliegende Seite. Meiner Erfahrung nach ist es links am besten zu springen, da ihr dort höher seid. Und wir zielen hier auf die andere Seite. Wir kamen von hier auf die Metallplattform und können jetzt hier nach oben klettern. Auch hier bleiben wir wieder in der Nähe und gehen nicht in etwaige Gänge oder sonst irgendwas, sondern achtet darauf, in der Nähe zu bleiben. Unser nächstes Ziel liegt wieder auf der gegenüberliegenden Seite. Und wir springen wieder hinüber. Achtet auch hier wieder darauf, nicht zu weit zu springen. Dieser Ast hält euch davon ab, zur Seite unterzufallen und wieder von neuem starten zu müssen. Weg nach unten. Was? Nerv Gange. Tief? Nerv Gange. Nerv Gange. Ja. Nerv Gange. Where's fluoroph distincte? Und hier springen wir in rechten Gang auf die andere Seite und haben wieder als Orientierung ein blaues Licht und eine blaue Blume. Wir gehen hier ein Stück nach oben. Auch hier wieder langsam gehen. Auf der anderen Seite sehen wir wieder ein rotes Licht. Wir sind hier hinüber zu unserem rot beleuchteten Kameraden gesprungen, nach oben geklettert und haben jetzt hier die nächste Ebene erreicht. Dort gehen wir auf das Metallpodest langsam heran und springen nach oben und unsere Figur klettert auch wieder. Hier nach oben geklettert können wir dann in den nächsten Bereich vordringen. Wir sind hier an einer... Wir sind hier an einem Durchgang, allerdings ist das leider noch nicht unser Ziel. Wir springen allerdings trotzdem auf die andere Seite und finden hier einen weiteren vergessenen Kameraden. Hier gehen wir nach unten und folgen dem Gang. Unser nächstes Ziel ist wieder gegenüberliegend. Gefolgt vom letzten großen Sprung. Hier haben wir bereits das erste Mal ein Exitzeichen erreicht und sind dem Ausgang näher gekommen. Achtet hier wieder darauf, nicht unbedacht vorzugehen und abzustürzen. So kurz vor dem Ende, hier springen wir vorsichtig hinunter. Achtet darauf, nicht in diesen Strudel zu geraten. Dieser tötet euch sofort. Und wir sehen hier einen mit einer Kiste offen gehaltenen Durchgang, den wir überklettern. Wir kommen jetzt zu einer Stelle, die euch noch weiter verfolgen wird bzw. die für euch wichtig ist. Bevor ihr hier weiter durch den Gang geht, seht ihr hier auf dem Bildschirm Zahlencodes. Und zwar Container 1 und 2, welche ihr später für eure Flucht eventuell braucht, da ihr an der Oberfläche Sauerstoff benötigt und nach kein Schiff oder ähnliches für euch bereitstellen könnt. Mit diesen Codes könnt ihr später euch ein Fahrzeug sichern, einen Rover, der euch zumindest vor einem Sauerstoffmangel rettet. Notiert euch die Codes und wir können unseren Weg nach draußen fortsetzen. Auch eine Anmerkung zu diesen Codes. Diese Codes ändern sich regelmäßig. Das heißt, wenn ihr euch diese Codes aufschreibt, sind diese nur für diesen einen bzw. an diesem Tag gültig. Es wird regelmäßig ein neuer Code generiert. Deshalb solltet ihr euch diese Codes immer direkt notieren. Wir sind kurz vor dem Ausgang und gehen den Gang einfach in der einzigen Möglichkeit weiter. Am Ende angekommen, haben wir nur die Möglichkeit, hier uns zu ducken und durchzuklettern. Und können hier nicht durch, sondern müssen nach oben. Wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo wir auch schon sehen, die Survival-Zeit geht los. Wir haben etwa 10 Minuten Zeit. Und ein befreundeter Spieler kann euch hier zum Beispiel mit einer Cutlass direkt abholen, indem er euch hier empfängt. Ansonsten müssen wir noch die Oberfläche erreichen und gehen hierfür nach links. Die Gefahren sind hier noch nicht vorbei. Vor allem im Bereich der Treppen gibt es immer wieder Bereiche, wenn ihr einfach loslauft. Wie hier stürzt ihr ab. Deswegen Einsprung darüber und vorsichtig weitergehen. Dann werdet ihr auch nicht auf den letzten Metern nochmal Opfer eines kleinen Sprungfehlers. Wie wir sehen, die Temperatur auf Aberdeen ist sehr hoch mit 226 Grad. Und ihr habt noch etwa 10 Minuten Zeit nach dem Verlassen der Minen. Auch hier wieder eine kleine Stolperfalle, die ihr überspringen könnt. Und wir haben das Ende fast erreicht. Mit der Version 3.10 ist eine zusätzliche Schikane kurz vor dem Escape aus Clasher dazugekommen. Diese Treppe war in 3.9 noch durchgängig. Das heißt, ihr konntet hier direkt an die Oberfläche laufen. Mit der 3.10 wurde das offensichtlich geändert. Und wir versuchen trotzdem irgendwie auch ohne Hilfe auszubrechen. Wie wir sehen, können wir in der 3.10 nur noch über einen Sprung auf die Kisten, die Plattform und dann vor allem auf dieses Metall- bzw. Betonteil anstelle der Treppe nach oben gelangen. Achtet auf jeden Fall darauf, nicht auf diese Rohre hier zu springen, da ihr dort abrutscht und in die Tiefe stürzt. Ihr müsst hier wirklich auf der Seite laufen, um nach oben zur Oberfläche gelangen zu können. An der Oberfläche suchen wir uns einen Zufluchtsraum bzw. den Standort der Buggys, um nicht zu sterben. Wie ich schon angesprochen habe, ist es wichtig, sich hierfür die Codes zu notieren, die ihr im Gang, kurz bevor ihr an die Oberfläche kommt, zu notieren. Auch nochmal möchte ich sagen, dass diese Codes nicht fest sind. Das heißt, diese ändern sich. Während unserem Ausbruch hier hat sich der Code bereits zweimal geändert. Das heißt, er ist nicht nur tagesabhängig, sondern ist wirklich zeitlich begrenzt. Wir sehen hier in gelb den Standort eines Rovers in der Garage. Hierbei handelt es sich um die Garage Nummer 3. Ich habe mir zwar die Codes aufgeschrieben, allerdings weiß ich nicht, ob ich... 2, 1, 9, 1... Nein, das war er nicht. 5, 7, 5, 2... 2, ja, Open Door, Open Ramp. Wir haben hier Zugang zum Rover und können uns dort in Sicherheit bringen. Wenn ihr diese Codes eben nicht mitgeschrieben habt, dann habt ihr leider auch keine Möglichkeit, euch in Sicherheit zu begeben. Den Rover könnt ihr ganz normal starten, wie gewohnt. Und habt direkt die Möglichkeit, hier herauszufahren. Solltet ihr nicht, wie wir hier, feststecken. Wir sind freigekommen. Wie wir sehen, unser Crimestead ist nach wie vor noch bestehend. Und jetzt solltet ihr spätestens um die Abholung durch einen Freund oder einen Org-Member bitten, da ihr sonst hier auf Everly nicht weiter flüchten könnt. Wir verlassen Clasher und sehen uns auf dem Weg nach Grimax. Wie ihr seht, sind wir mit einer 600E unterwegs und werden schon von einem Schiff der Sicherheitsbehörden verfolgt, gejagt und auch beschossen. Wir werden versuchen, nach Grimax zu springen und dort einen Crypto-Key einzusammeln und dann unser Crimestead illegal wieder loszuwerden. Solltet ihr euer Crimestead nicht schnell wieder loswerden, werdet ihr nach wie vor verfolgt von jeglichen Sicherheitsbehörden, werdet beim Landeanflug auf Planeten bzw. an Raumhäfen von der Flugabwehr beschossen und seid freiwillig für alle Bounty Hunter. Von daher bietet es sich an, das Crimestead möglichst schnell loszuwerden, außer ihr wollt auf der dunklen Seite der Macht bleiben. Grimax findet ihr auf der anderen Seite von Microtech, und zwar im Bereich Crusader. Im Bereich Yela seht ihr schon einen Asteroidengürtel namens Grimax. Grimax ist ein Tummelplatz für alle illegalen Aktivitäten und ihr könnt hier auch eine Crypto-Key erhalten bzw. kaufen, der euch dann möglich macht, in einem Außenposten die Sicherheitssysteme zu hacken und so euer Crimestead wieder zu neutralisieren. Wir sind hier auf Grimax im Bereich Crusader und am Mond Yela. Hier könnt ihr auch mit einem Crimestead landen, werdet nicht von Wachen oder Geschütztürmen angegriffen und es ist unser Ausgangspunkt für das Entfernen des Crimesteads. Um unser Crimestead zu entfernen, gehen wir von der Mitte Grimax mit Blickrichtung auf die Aufzüge nach rechts und dort in den hintersten rechten Gang und folgen dem weißen Pfeil. Hier kommen wir an einen unscheinbaren Shop und können uns das erste notwendige Item kaufen, das wir brauchen und zwar einen Reauthorizer. Hier gibt es verschiedene Karten wie den Reauthorizer, die Tiger's Claw, Wallace Co. und dann auch noch den Ripper. In der Alpha 3.10 sind diese sehr günstig. Im aktuellen Regelbetrieb auf 3.9 ist ein Reauthorizer mit etwa 8000 USD, alles andere als günstig. Wir brauchen allerdings einen Reauthorizer, um uns in ein Sicherheitsterminal hacken zu können und unser Crimestead, das hier auf Stufe 3 aktuell ist, wieder zu entfernen. Unter dem Punkt Utility könnt ihr hier beim vorletzten Punkt Utility Item ganz unten euren Reauthorizer ausrüsten und dieser befindet sich dann auch sichtbar an eurem Charakter an der Seite hier unter dem Arm. Der letzte Punkt hier ganz unten habt ihr nicht die Möglichkeit, den Reauthorizer auszuwählen, deswegen achtet darauf, den vorletzten Slot zu nutzen. Bevor wir jetzt unser Crimestead an einem Security Terminal wieder eliminieren, noch ein Hinweis. Es gibt regelmäßig Spieler, die ihr gerne jagt auf Bounties bzw. die Posten campen. Das heißt, nehmt euch eine Ausrüstung mit, Waffen, Stimpacks und alles Notwendige, um euch vor Angreifern zu schützen. Wir starten aus Grimhax und nehmen Kurs auf einen Security Post. Es gibt verschiedene Security Posts, die ihr anwählen könnt. In der Nähe von Grimhax befindet sich einer der bekanntesten. Und zwar handelt es sich dabei um den Security Post im Umlaufbahn des Mondes Selen. Selen ist in der Nähe von Yila direkt anfliegbar und der Post Carrier ist unser nächstes Ziel, wo wir unseren Crimestead versuchen werden, loszuwerden. Hier sehen wir schon ein anderes Spielerschiff, das hier bereits gelandet ist. Und wir können davon ausgehen, hier auf dem Außenposten nicht alleine zu sein. Wir haben bereits einige Schüsse gehört, das heißt, es sind auf jeden Fall andere Spieler vor Ort und wir werden sehen, inwieweit sie uns feindlich gesinnt sind. Und wir werden sehen, inwieweit sie uns feindlich gesinnt sind. Der Außenposten besteht aus drei Ebenen, wobei wir in die unterste Ebene und dort auch noch mittig in den Raum müssen, um unseren Security Status wieder herzustellen. Am Zentralrechner, hier in der Mitte, müssen wir unsere Karte, die wir gekauft haben, einstecken und dann noch durch mehrmaliges Betätigen einer. Weiter müssen wir, nachdem wir die Karte eingesteckt haben, auch noch regelmäßig die Betätigung am Bildschirm drücken, was uns immer wieder an den Bildschirm zwingt und ein leichtes Ziel für wartende Spieler werden lässt. Wir sehen aktuell keinen Spieler und wagen unser Glück. Unsere ausgerüstete Code-Karte müssen wir ausrüsten mit der 4, einfügen und dann auch wieder aktivieren. Ihr seht, der Balken bewegt sich langsam und wir müssen immer wieder nach einem vollen Balken eine weitere Bestätigung betätigen, damit der Prozess weitergeht. Hier hat sich ein anderer Spieler versteckt. Und wir haben unser Crime Start leider noch einmal etwas erweitern müssen. Wie wir sehen, dauert es eine geraume Zeit, bis sich die Balken füllen. Und so lange sind wir freiwillig. Es scheint, als war das der einzige Spieler, der auf uns gewartet hatte. Und den konnten wir Gott sei Dank relativ einfach ausschalten. Noch zwei Balken, dann ist natürlich ärgerlich, wenn man während dem Bearbeiten eines Crime Stats einen Disconnect bekommt. Nachdem wir während unserem Hack einen Disconnect hatten, wachen wir als Gefangener in Clasher wieder auf. Wie ihr gesehen habt, waren wir kurz vor dem Ende unseres Hackings. Das heißt, wenn euer Hack erfolgreich ist, wird euer Crime Stat gelöscht und ihr seid ein unbescholtener Bürger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und ein Subscribe da. Das Crime Stat, beziehungsweise die ganze Mechanik dahinter mit Clasher als letzter Station, finde ich eine interessante Spielmechanik, die es so recht selten, beziehungsweise bislang noch gar nicht gibt. Es hat deutlich Auswirkungen, wenn man sich kriminell verhält oder eben Jagd auf Spieler macht. Illegalerweise muss man damit rechnen, auch von anderen Spielern abgeschossen bzw. nach Clasher verbracht zu werden und muss dort entweder seine Zeit absitzen oder gar über den Ausbruch und ein folgendes Hacken sein Crampster wieder neutralisieren, was doch einiges an Zeit und Aufwand kostet und man die ganze Zeit immer noch auf der Hut sein muss, bis man dann irgendwann mal alles in trockenen Tüchern hat. Ich finde, das Ganze macht Spaß. Jeder sollte mindestens einmal aus Clasher ausgebrochen sein und würde es euch auf jeden Fall dringend empfehlen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und sage wie immer, see you in the verse.